Hi liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ananas-saftigen Folge Fall Guys. So, ich bin jetzt hier eine komplette Ananas. Letztens waren wir ja nur eine halbe, da hatten wir ja erst nur die Kopfbedeckung. Jetzt habe ich aber auch noch, ja, das Unterteil, sage ich mal so dazu. Uh, Hilfe, komm, wir müssen hier schnell durch. Schnell und geschickt, auf jeden Fall. Denn wir sind auf jeden Fall gerade nicht mit ganz vorne dabei. Und das ist natürlich nicht so gut. Wir wollen natürlich nicht schon direkt in der ersten Runde jetzt hier ausscheiden. Ja, das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Okay, sehr gut. Jetzt kommt das hier. So, ich bin bereit. Komm, Sprung! Geschafft, sehr schön. Sehr, sehr schön. So muss das. So, Runde beendet. Ui, was ist denn da eine da für eine schicke Farbe? Daneben ist so ein Silber. So ein Silber-Grau, okay. Das sieht ganz cool aus. Das sieht wirklich ganz cool aus. Gefällt mir. Aber nur gut, warte, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Schwindelnde Höhen. Okay. Die guten alten schwindelnden Höhen. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ja, das sollten wir noch hinbekommen. Noch. Gut. Ein paar Dane-Übungen gemacht auf jeden Fall. Und los geht es. Los geht es. Einmal hier drauf. Jetzt hier drauf. Jetzt hier drauf. Jetzt hier rüber. Jetzt hier rüber. Jetzt hier drauf. Sehr gut. Jetzt einmal hier hochflitzen. Sehr schön. Uh, Hilfe. Der hat mich leicht kurz erwischt. Ist aber auch nicht weitaus schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Komm, einmal hier rüber. Jetzt hier rüber. Und hier rüber. Okay, ich glaube, wir gehören sogar mit zu den ersten, ja, sag mal ersten 10, 15 Leuten. Die EC durchkommt dann, oder? Sieht für mich auf jeden Fall aktuell so dann noch aus. Ja, zu den ersten 10 Leuten gehören wir sehr schön. Okay, es ist wieder mal Zeit für ein Ausweichmanöver jetzt. Ja, das hatten wir, glaube ich, jetzt länger nicht mehr, oder? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich bin auf jeden Fall dafür bereit. Jetzt heißt es schön, ausweichen den ganzen Hindernissen hier. Den Melonen und so weiter. Den ganzen Zeug halt hier. So, komm, einmal nach oben flitzen. Uh, da hat es mich leicht niedergestoßen. Wir lassen uns aber nicht von einem Niederstoßer hier aufhalten. Wir bleiben standhaft und laufen weiter nach oben. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir lassen uns nicht aufhalten. Komm. Höher, 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 höher. Ich will hoch hinaus. Hoch, 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 hoch. Kommt, gleich geschafft. Sehr schön. Gut, wir sind weiter. So gehört sich das. So und nicht anders. Ja, zwei Mann können rein. Gut, da sehe ich auch schon die letzten zwei, die jetzt noch rein rein. Schön. Schön, schön. So. Das hätten wir jetzt auch geschafft. Also, wir kommen immer näher ran ans Finale auf jeden Fall. Oh, wäre richtig cool, wenn wir es jetzt schon direkt im ersten Match in der Folge hierherstellen. Wir schaffen würden, um ins Finale zu kommen. Das wäre cool. Na, was kommt? Was kommt denn hier? Sturzball. Wow. Okay. Wirklich jetzt? Warum das? Warum das? Das entscheidet wieder, wer ins Finale kommt. Ach, das finde ich wieder so blöd direkt wieder. Warum? Ja, die ganze Zeit einzelne Dinge. Da bin ich durch meine eigene Leistung da gekommen. Nun muss ich wieder hoffen, dass wir als Team gut sind. Ja, das gefällt mir wirklich nicht. An manchen Stellen würde ich mir halt wirklich wünschen, dass es solche Team-Dinger halt nur gibt, wenn du halt wirklich auch mit Freunden zusammenspielen würdest, dass es irgendwie sowas dann da geben würde. Aber nun gut, dann wollen wir uns mal anstrengen jetzt. Naja, ich kann das Spiel sowieso nicht mit Freunden zusammenspielen. Ich habe keine Freunde. Zumindest keine Freunde, die das Spiel haben. Und die auch mit mir aufnehmen würden. Ja, komm. Nein. Der Ball darf jetzt nicht bei uns hinten reingehen. Oh, verdauert, glaube ich. Oder nicht? Nein, nein, nein. Oh, doch. Hilfe. Nein. Schafft niemand mehr abzuhalten. Okay, doch. Krass. Na, komm. Einer muss hier langsam mal ein Tor schießen. Ich glaube sogar, es läuft vielleicht darauf hinaus, dass es später immer noch 0-0 steht und dann Verlängerung hier läuft. Oder? 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 Jawohl. Ich bin einer der entscheidenden Männer gewesen. Der jetzt wird dafür gesorgt, dass es reinfällt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, am besten halt nochmal ein Tor. Einfach, um sicher zu gehen, dass wir dann auch weiterkommen, kommt. Wir haben noch nicht gewonnen, Jungs und Mädels. Wir müssen nochmal ein Tor schießen hier direkt. Oh nein, hinten steht bei uns keiner drin. Aber gut, da hat einer weggeschossen. Sehr schön. Ja, komm. Wir sind gerade mit beiden Bällen gut vorne bei denen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nein! Wow! Okay, Leute, wir tun, als ob das nie passiert ist. Ich habe den Ball reingeschossen. Aber tut mir leid, warum muss der Ball auch auf meinen Schädel drauf fliegen? Der Ball ist ja mitten auf meinen Schädel drauf geflogen, von oben. Okay. Da sagen wir nichts. Aber immerhin... Ja, ich meine... Ich kann mir so erlauben. Ich habe ja vorhin das eine andere Tor auch geschossen. Von daher... Sehr gut. Wir sind weiter. Dann heißt es jetzt... Finale! Und ich hoffe, dass das wieder ist mit dem Runterfall. Das mache ich echt gerne. Aber leider ist das ja nur ein Finale. Das würde ich viel öfter gerne machen. Ich mag das wirklich richtig gerne mit diesem Runterfall und oben bleiben dort. Aber das habe ich leider nicht so oft. Ja, ich muss heute für erstmal ins Finale kommen. Und natürlich haben wir Bergspitze. Das haben wir so oft in letzter Zeit. Ah, ich hasse das mit Bergspitzebüchen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Das macht mir nicht so viel Spaß wie das andere. Aber nun gut. Dann gehen wir mal unser Bestes. Wir rennen links lang auf jeden Fall. Los geht's. Los geht's. Ab nach links hier. Ja, immer nach oben. So ist schon mal ganz gut, glaube ich. Von der Leistung her. Komm. Ja, jetzt hier links lang. Komm, komm hier hoch. Nein, fall nicht hin, du Trottel. Ach, du Trottel. Steh auf. Tschüss. Ach man. Ja, wäre ich nicht hingeflogen. Hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Schade. Wir sind trotzdem schön weit gekommen. Wir sind trotzdem schön weit gekommen. Aber, das war das Ende der Ananas hier, Leute. Die Ananas hat leider nicht gewonnen. Das hat es leider nicht geschafft. Nun muss die Ananas leider gehen. Lebe wohl, kleine Ananas. Okay, gut, Leute. Na, da würde ich sagen. Machen wir jetzt Schluss mit der Folge. Deswegen geht es mal eine etwas kürzere Folge gewesen. Ja, die anderen gehen ja normalerweise ein bisschen länger. Wir machen aber jetzt Schluss. Eine Information direkt mal aber noch zu am Rande. Und zwar wird Fall Guys in den nächsten Tagen wahrscheinlich nicht mehr täglich kommen. Aber, lasst euch da einfach mal überraschen. Das aber erstmal so als kleine Information. Und ja, lasst mir gerne auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt mir eventuell auch gerne einen Kommentar. Und ja, bis dann zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.